Ja, ich nehme mal nicht so viel Abstand. Was soll denn passieren? Ich bin hier, um mich den Weg freizuräumen. Oh, auf der Autobahn ist lustig. Oh, Entschuldigung. Alter, das gab einen Fehlerpunkt. Yes! Yes! Arsch! Das gilt dann wohl als Auffahrunfall. Wie cool. Ja, tut mir wahnsinnig leid. Oh, das ist der Rückwärtsgang. Ich vertue mich da immer.